Hallo und herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. Ja, ich möchte erstmal ganz herzlich den Basti begrüßen. Hallo Danny. Ja, der Stau ist nun weg. Es war eine Vollsperrung über fast fünf Kilometer. Hat man eigentlich erschweint, dass wir noch weit vorne gestanden haben. Trotzdem stand ich fast eine halbe Nacht. So, weil wir gar keine Zeit verlieren, die wir eh schon verloren haben, haben Ganze gezogen. Es geht los. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurückfinden auf der Autobahn. So, der Kollege lässt uns raus hier. Das ist wunderbar. Kommt ja von der gleichen Forma. Und du? Need for speed, Fan? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Wenn man schon nicht mit DS spielen kann, sollte man vielleicht auch was anderes spielen. Genau. So machen wir das. Und Motor als Motor. So, jetzt hat man mal den V8 wieder gehört. Vom feinsten, sag ich euch. So, da fahren wir jetzt mal auf die Autobahn und werden wir mal sehen, dass wir heute mal staufrei fahren. So, was gibt's Neues? Ja, wir fahren jetzt Richtung Deutschland. Und werden dann quer durch Leuchang machen, Richtung Erfurt, dann Hannover, Hamburg. Und von Hamburg machen wir dann nach Flensburg. Werden wir mal kurz den Soundbill runter machen, dann ist es für mich auch nicht so schwer, dass ihr den Bastian noch versteht. Moment. Das hört dir doch nicht schlecht an. Ja. Äh, ich komme auch an Kiel vorbei. An Kiel habe ich ja schon gesagt, in ein paar Folgen vorher, dass wir auch mal den neuen Autohof besuchen werden. Und dann wieder quer durch Land hoch nach Dänemark machen. An Kopenhagen vorbei. Und oben an der Spitze ist dann unser Einpunkt. Dann haben wir ungefähr fast 3000 Kilometer weg. So, hier geht's jetzt gerade aus Salzburg-München oder dann rechts rum nach Innsbruck. Ich weiß gar nicht, warum der mich jetzt hier runter leitet. Normalerweise muss ich doch Richtung München, oder? Ja, dann fahren wir halt jetzt mal mit hier runter. Normalerweise können wir auch über München fahren, das wäre eigentlich Humminim. Vielleicht ladet der Digger auch über die Landstraßen oder so. Das denke ich immer fast. Wenn das es sein sollte, werde ich irgendwo drehen und werde über der Autobahn fahren. Oder vielleicht fahren wir über Land. Mal gucken, wie wir es machen am besten. Na, hält er an, hält er nicht an. Na, Vorfahrt geschnitten, die Sau. Und die Odlei. Wollt ihr alle nicht in der Vorschule, oder was ist hier los? Ach, Basti, ich habe heute mein Best-of angefangen. Okay. Ja. Best-of. So, hier ist schon wieder fast Stau, oder was ist hier los? Ich kriege bald Asche hier in den Land. Warum schickt er uns jetzt über Innsbruck? Ich muss mal kurz auf die Gruppe gucken. So, wenn man jetzt mal nochmal zurück auf die Autobahn geht. Und, die war ja jetzt, ähm, wo hat denn der uns jetzt runtergeschickt? Ach, hier. Gut. Das ist Quatsch. Wir fahren, wir fahren jetzt wieder zurück auf der Autobahn. Der schickt uns über die Landstraße nach Salz... Ne. Über die Landstraße bis nach Innsbruck und dann nach München. Aber wenn wir könnten auch theoretisch über der AC fahren, Richtung Salzburg. Und Salzburg machen wir dann auf der A1 Richtung München. Wäre eigentlich viel logischer. Aber wir fahren jetzt Landstraße, das ist jetzt eigentlich wurscht. Weil jetzt sind wir eh ja immer drauf. So, ne, dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen Landstraße tuggeln bis nach München. Holla, die Waldfee. Warum bremsen der ja vorne schon immer noch? Und hier ist überall die Straßen nass. Und hier ist überall die Straßen nass. Aber ich hab's dir ja gesagt, der fährt dich über die Landstraße, oder? Ja, 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 hast recht gehabt. Und hier ist alles. Ich werde jetzt eins machen. Wir fahren nicht über die Landstraße. Wir fahren jetzt Richtung Salzburg auf der Autobahn. Weil über die Landstraße... Das ist einfach noch zu weit, dass wir jetzt hier rumeiern werden. Wir fahren jetzt wieder zurück. Und wir fahren uns dann auf der Autobahn Richtung Salzburg fahren. Und dann von Salzburg nach München. Wir haben sowieso schon Zeit verloren, wegen dem Stau. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen Zeit wieder rausholen müssen. Wenn mich mal jemand rauslässt. Das ist so affig, ey. Na, halt an. Nein. So eine selten dämliche Kuh. Cool. Ja, da war der Kollege. Ja, das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt wieder zurück auf der Autobahn. Das Beste. Wenn wir jetzt hier noch rumtugeln wollen über die Landstraße bis nach München. Das dauert dann auch noch mal ewig. Na. Ja. Jetzt ist hier schon wieder dort Stau, ey. Was ist denn da hier los? Ah, das geht gut. So. Dann werden wir jetzt hier. Wir fahren mal wieder auf der Autobahn fahren. Richtung Salzburg. Wär das Beste. Und da werden wir jetzt bis nach Salzburg fahren. Ja. 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 Jetzt gehts wieder weiter, gut sei Dank. Was ist das für ein Berg hier, Alter? Hör mal, wie der tuggelt. Kommt mit dem Berg fast nicht hoch. Leute, hast du das gehört? Ja. Das ist ganz schön Probleme, ey. Boah. Turbo drinnen, du. Ja, toll, super, wieder der nächste Stau hier. Scheiße, weil die Straße übelst glatt ist. Und das bestimmt 35% Steigung hier. Und ihr seht's hier, die Hinterräfen, die drehen ganz schön durch. Das wäre nicht, dass es hier jetzt zu viel gut, äh zu viel haben wir auch nicht gut gemacht. Wären wir mal lieber über die Landstraße gefahren. Puh, das war ein enges Rennen jetzt eben gerade. Ich hab gerade gegen ein Auto gewonnen, was mindestens 60 PS mehr hat als ich. Okay. Jetzt, Duckel, da wird er jetzt. Braucht bloß eh mal Schwung, jo. Oh, wir vermachen gerade hier eine Stauproduktion. Ja. Kannst doch nicht ändern. Die Strasse zu glatt ist hier. Äh, jetzt, ey. Jetzt hat er noch der Grip. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, jetzt geht es aber abwärts, geht es Richtung München. So, sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Also der Berg war echt hardcore gerade. Normalerweise wäre das kein Problem, aber die Straße war so glatt, dass die Reven durchgedreht sind. Oh, da kommt ein Schleudern, da kommt ein Schleudern, ah, fuck. Alter, die Straße ist echt glatt, jetzt haben wir aber noch die Karre gerissen, ey. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie einen Reifenplatz hatte oder sowas, keine Ahnung. Muss mal kurz auf dem Standstreifen anhalten, mal gucken gehen. Darf aber nicht passieren, dass wir dazu jetzt nicht umfahren, hier. Gucken wir erstmal an Seiten. Also hier sieht alles noch gut aus. Die Hümerrefen sehen auch gut aus. Was? 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 Ich war so glatt, dass ich im Schlautern gekommen wäre, fast. So, jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Richtung Salzburg. Und ja, ich schätze mal, ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen, wir haben wieder viel Zeit verbraucht, die uns wieder fehlen werden. Ja, was sollen wir machen, ne? Scheiß die alle! Nee! Kannst du dich ändern. Das ist halt das Leben. Genau. So, jetzt haben wir den noch mal richtig schön durchtypig gegeben. Den Affen. Das ist fast gar keine Autobahn hier, wenn man es so sieht. So, und dann werden wir jetzt mal nach dem Parkplatz Ausschau halten. Mal gucken, wo wir ihn heute finden hier in Österreich. In Österreich. Warst du schön in Österreich, Basti? In Wirklichkeit? Oder im ETS? In ETS. Ja, ist auch schon länger her, wo ich da durchgefahren bin. Warst du in Salzburg? Kann sein. Okay. So viel los? Ja, es geht, aber ich muss mal wissen, wo in Salzburg irgendwo ein Parkplatz ist. So, jetzt geht's hier um Berg abwärts. Nicht mal hoch. Wir sehen, wo wir heute hier einen Parkplatz finden. Und Pause machen können. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich in Salzburg rein. Irgendwas müsste gleich kommen. Mal gucken, vielleicht stellen wir uns heute wo dahin. Mal gucken. Mal gucken. So, ja. Was kommt jetzt hier vorne? Hall Straw 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 Straw系 Das sieht fast aus wie ein Tunnel. Dann werden wir jetzt mal durch den Tümmel fahren. Ach, ist das herrlich. So, das müsste jetzt Salzburg sein. Ah, wir sind in Salzburg. Da werden wir heute Pause machen. So, da werden wir nämlich jetzt gleich mal die zweite Einfahrt, die erste Einfahrt nehmen. Da sind wir ein bisschen erst mal von der Straße runter und haben nicht so viel Verkehr. So, da werden wir jetzt mal die zweite Einfahrt nehmen. Ups, da hat man fast noch den DHL-Fuzi gerannt. So, wie gesagt, wir fahren jetzt mal hier rein. Wir werden uns mal jetzt einen schönen Parkplatz raussuchen. Mal sehen, vielleicht können wir irgendwo ein Zentrallager halten. Wäre ja ungünstig. Wenn nicht, dann mal so irgendwo eine Straßenecke auf dem Fußweg. Muss ja auch mal gehen. Ja, für eine kleine Pause, ne? Irgend so ein Waldstück. Das wäre mal geil. So, wir werden jetzt mal hier rechts rum fahren. Mal gucken, ob wir hier vorne irgendwie was bekommen. Schön, das Bild. Ich bleibe heute gleich mal hier stehen. Das werden wir heute mal machen. Wir werden heute mal hier an der Straße stehen bleiben. Kommt jetzt noch jeder vorbei? Ja. Gut. Wir stehen heute an der Straße neben einem Schloss. Ja, gut. Jetzt gucken wir mal noch, ob der LKW noch vorbeikommt. Aber ich denke mal schön. Mach jetzt keinen Mist. Also, V vorbei, löst. Tja, doch nichts mit der Straße stehen bleiben. Dann müssen wir weiter auf dem Fußweg fahren. So, jetzt geht's. Ich stehe aber voll auf dem Fußweg. Das können wir nicht machen. Mach schon mal meine schöne Front kaputt. Aber soll da mal irgendwo ein paar Platz suchen, ne? Ne, ich werde jetzt hier an der Straße stehen. Das wäre alles Wurst. Gut. Ja, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich beim Basti. Und, ja. Bitte, bitte, Danny. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, ein Abo oder einen schönen Kommi da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier aus Salzburg. Ohne Staus am besten. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.